zack 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 und weiter geht es so ich sagen die tasche haben wir durch unten auch den geht jetzt noch oben durch ich sagen so hallo liebe ach du gott viel zu viele menschen auch wie süß wie süß ist das denn ich meine mädlich ja genau okay viel zu viele menschen und viel zu wenig kunst ich auch ich auch make art not more hallo ich will mit dir reden hallo so you must be the everyday hero from blackwell nein mein name ist lauren francis und wenn die media department at detroit school visual arts i'd love to talk about you being a residency next spring don't say anything the principal was jetzt ich glaube ich müsste wirklich mal ein kunst in eine kunstgalerie reingehen und gucken wie es ist wenn leute mit dir reden gucken sie dabei wirklich die ganze zeit die bilder an anstatt jemand kurz in die augen zu sehen ich werde nicht mehr sprichst du mit dem bild du musst also die gewinnerin vom hellen des alltags sein ich bin total bescheu ich bin auch ein mensch sorry i don't know your name but i saw your picture in the gallery brochure and i just wanted to let you know how cool your entry was dankend office süß ja guck überall steht nur eins bei mir steht bei mir stehen drei leute vor ja max das beste bad max bad max das macht mich so schrecklich so schrecklich so schrecklich so schrecklich so schrecklich wie ich in high school es gibt die kinder contests die ja die put me to sleep but i like how the show is about spezifical actions you know not just abstraktions die zeitgeist ist du und zum unique stuff ist hier läuft doch nicht weg wenn ich mit dir rede ob die büder an sich auch was zu bedeuten haben ist jetzt so inspeit wenn er herr kam hier ja ja hey congratulations und erhob ihr gett attention ach hör auf hören sie auf hier kann ich mich hinsetzen perfekt die will nicht klatschen und hallo sir bis geht hi excuse me you're max caulfield right um yeah yes sorry to bother you but my name is dani lee and i'm with the berkeley people's herald i edit their art section and i totally did your work now i know the whole ironic selfie thing is kind of played out but there's something da whole luft timeless about your images so i'd love to set up an appointment or interview with you when you get a chance here's my card so great talking with you max youtube danny vanette zuzuhören danny alter normal luft der wie wasser voll hallo missus frau ich kann mit der auch nicht reden wenn ich hinter ihr bin ja danke ja danke 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 hören sie auf aber ganz ehrlich sie können auch mit mir reden in die augen gucken dann nicht tschüss ja genau die küssen sich ja ich finde das immer ekelig wenn mami und papi sich küssen hallo sprechen ich muss sagen das ist das beste jeden Tag heros show ich habe gesehen seit es begann alle Bilder sagen viel über unsere Zeiten bravo besonders meins das müssen sie mal sehen das steht da hinten das hängt da hinten das ganz große da mit den vielen bildern doch ne aber mal ganz ehrlich ähm ich weiß es ist ziemlich einfach aber ich finde das haupte richtig ich unterbreche einfach mal hallo ich hallo wieso kann ich sprechen hallo oh hey du bist derjenige der selbstporträt oder eigentlich nimmst du es ein Selfie auf jeden Fall ich war sehr beeindruckt wie du es verurteid um alle deine Fotosubjekte zu fokussieren oh sehr smart ne danke danke daran habe ich auch gedacht oh das ist auch voll knuffig ganz ehrlich Kunst ich meine so ich habe nicht viele Ahnung von Kunst ne aber ich finde so was abstraktes er eh nicht so gut finde ich sag ich mal zum beispiel jeder kann ein Strich da auf die Leinwand zeichnen und sagen dieser Strich symbolisiert die Garteninigkeit die das Leben einzubieten hat und äh hat ein Start und Endpunkt und man muss ein Ziel erreichen und so aber er halt so ein schönes Pärchenfoto oder sowas wie ähm halt zwei alte Menschen die sich äh anscheinend ich denke man die sind zusammen das ist so das Zeug für mich auch gerade von einer Liebe die geheilt ist das ist das ist das ist er schöner sage ich mal deswegen sowas finde ich klasse oh irgendwie dreht gerade meine Maus am zwei na essen ach ne komm nimm ein Glas du bist erwachsen hier werden wir auch durch und Direktor Wells ansehen es war cool dass Prinsiple Wells kam kann ich dir noch was ich kann ja komm schon ich will saufen Champagne macht mich zu denken mich und Chloe mit diesem Wein mal ganz ehrlich ähm ich weiß es ist gerade eine Kunstgalerie und alles und hier so eher höflich und pipapo und ähm aber wenn ich wäre ich an Chloe Stelle äh heißt es dass ich unbedingt ihr aufmerksamkeit haben will oder sowas aber ich würde irgendwas große starten ganz ehrlich wenn schon jeder sagt wow das Bild ist so klasse und dann wird man auch doch hier als Beispiel nur mal so mit Champagner so eine Runde rumgehen und dann sagen so ey Leute gerade das Haus und dann ich weiß Kunstgalerie und so aber das sind so das wird mir erst so snabbhaft ich weiß es ist eine Kunstgalerie ich kann mich nur wiederholen aber das wäre nicht so meins Max ist ja so eine kleine verrückte eigentlich egal sprechen wir mal mit Direktor Wells ja komm ich hatte Glück Max ist bescheiden das weiß jeder glaube ich aber sie hatte nicht Glück sie hat halt die Gabe und deswegen sage ich einfach mal es ist so okay ja sorry ja genau es ist kind of surreal to be here after everything that happened at Blackwell all the more reason to celebrate your success maybe I felt guilty for celebrating leave that to me I I should have been more proactive about Kate Marsh in her awful situation she's strong and I'm glad she made it out of that hell I should have put my foot down with Nathan Prescott or put my foot in his ass lebt ihn oder nicht lebt ihn oder nicht aber wenn er schon sagt er sie jetzt aus der Hölle geschafft ich weiß es nicht ob sie ob er damit meint so ganz nach dem Motto es ist so weißt du so vorbei oder ob sie jetzt wirklich ich weiß es nicht so nicht ihre schuld das ist irgendwie das weiß er glaube ich naja vielleicht weiß er es nicht aber es bringt so nicht ihre schuld das ist immer so eine sache von wegen äh beweis es doch ich hätte es ihnen sagen sollen habe ich schon mal das hat er nichts gerne hätte aber Jefferson war einfach zu schlau Jefferson hat uns halt alle getäuscht Mark Jefferson was good about hiding his tracks we were all fooled by him most of all me as you might know I have a weakness for prestige and Jefferson had such a great reputation nobody expected him to be so disturbed I couldn't believe the police found those sick photos in his dark room those poor girls at least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder and Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay the irony is that for once Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson and he even brought him to Blackwell vielleicht ist es Karma ich sag mal so ich sag's ich sag's so im real life mehr ne sag ich sehr oft das so Karma ist halt wenn man schlechtes macht das man was schlechtes passiert also bei anderen aber bei sich selbst und bei guten Sachen halt immer sprechend auch aber ich glaub da nicht wirklich dran das ist ja so ein ich nimm's ein bisschen auf die Schippe das ist für mich so genau wie mit Chicks allein nicht aber ein Chicks das ist ja glaub ich auch nicht deswegen einfach mal komisches Wetter Now if we can just figure out what's going on with the weather maybe everything will be like it was before environmental science is above my pay grade Max but it sure would be nice to get back to Blackwell Academy the way it was before I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells like I said before you're an adult now Max you can call me Ray at least for this event now if you'll excuse me I hear the buffet calling me again alles klar Ray, ich kriege mal richtig viel Rain excuse me Max I have to go call my wife and tell her I haven't broken my diet no blackmail please Keine Erpressung, bitte. Ah, eine Zeitung noch. Hat er gleich gesehen. Jung und Grunge. Er wird über die Tage für den Rest seiner Leben in der Präsentation. Ist er das? Bekannter Fotograf und Lehrer für Mord und Entführung verachtet. Nein, das ist jemand anderes. So, dann gehen wir erst mal. Ja, ganz ruhig. Das Einzige, was wir noch nicht gesehen haben, ist unser Bild. Unser Foto, komm. Hey, und da ist sie, um den Tag zu schützen. Hör auf! Das ist... Nicht der Heldin. Ähm, ach nee. Fuck. Nein! Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Äh, your nose. High altitude. Ähm. Verdammt. Die Ausstellung ist Ende der Woche. Der Tornado auch. Oh, komm mal. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Es ist, es ist wahr. Du sahst den Tornado, es kommt. Was? Oh nein. Chloe, woher bist du? Ich bin so schrecklich schrecklich. Ich bin, ich bin bei der Beach. Chloe, kannst du mich hören? Hallo? Hallo? Oh mein Gott. Der Tornado war wirklich. Oh, ich habe nicht gekriegt. Chloe wird nicht sterben. Arcadia Bay wird verletzt. Es muss eine Art Weg zu stoppen. Für das Schade. Ja, so, so jetzt einfach, also so jetzt einfach rauszugehen. Wir können jetzt nicht hinfliegen, weil der Tornado ist ja da. Bringt ja nichts. Direktor Wels. Den kann ich auch nicht reden. Mein Bild, mein Bild, mein Bild. Wir müssen zurück. Wie viel würdest du dafür bezahlen? Konnt schon, konnt schon, konnt schon, konnt schon. Kein fucking Weg. Chloe kann nicht wieder sterben. Ich muss sie schützen. Für Chloe, für Chloe. Das ist fix. Für Chloe. Oh, shit. Wenn es so weiter geht, werden wir sterben. Wenn es so weiter geht, werden wir sterben. Wenn es so weiter geht, stirbt Max noch. Was ist jetzt passiert? Es fühlt sich, dass die Realität sich... ... entfernt. Ich kann ja nicht viel machen. Nein. Meine Vorstellung ist... ... ich muss nur eine einfache Veränderung machen, damit ich nicht in San Francisco enden werde. Simpel. Für Chloe, für Chloe, äh, sollen wir grad dafür, dass unsere Zukunft versaut wird. Für Chloe, egal. Sorry, San Francisco. Chloe kommt zuerst. hoffentlich lebt Kate denn noch hoffentlich lebt Kate das war die Dunkelkümmer das ist nicht sein Ernst wieso 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 wמע Nein? Hör auf jetzt. Geh weg.